Das heurige Wake the Lake Festival wird etwas ganz Besonderes und findet in einer neuen Location in Kiesiaus am Traunsel statt. Es erwarten dich Top-Referenten Chris Heidenbauer, Schwester Teresa Zuckic, Pater Leo Maasburg und Philipp Rusnack. Franzi, worum geht's heuer eigentlich? Beim Festival wird es dieses Jahr um das Thema der Weisheit gehen, weil wir uns gefragt haben, was ist eigentlich die Weisheit, wofür brauche ich die, wie erlange ich Weisheit, kann ich die echt mit dem Löffel essen? Und was ändert Weisheit in meinem Alltag. Und wenn du dich das auch schon mal gefragt hast, dann komm vorbei. Ich freue mich beim desjährigen Wake the Lake auf die starken Lobpreiszeiten, auf das X-Fest, auf die coole Gemeinschaft mit den gemütlichen Leuten, auf das Chilen am See. Entspanntes Wochenende, mültliche Leute, Lobpreis, Challenge, Notzeit mit Gott. Ich freue mich auf die Gemeinschaft, den Lobpreis, meine Freien trifft, für mich Gott erfahrbarer wird, tiefe Messages und innige Gebetszeiten. Auf was freust du dich? Musik Säulebei! 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 Musik